So, da gehe ich gerade live und Melli kann es sich auch nicht nehmen lassen, mir dann auch noch ein Geschenk zu geben. Grüße gehen auf jeden Fall dann nicht raus, ist ja jetzt auch schon das zweite, dritte, keine Ahnung. Ich sage ja, euer Geschenk, euer Support ist wirklich geisteskrank. Wie gesagt, ich nehme das Video gerade quasi mit dem Livestream zusammen auf. Und ich bin mal gespannt, was drin ist, weil ich habe eben spaßeshalber nach dem Geschenk von Moritz, da habe ich nämlich nachgeguckt, so viel kann da eigentlich gar nicht mehr sein. Weil das nächste wäre ein 500 V-Bucks-Item, also ein bisschen krank seid ihr schon. Also, wir gehen mal rein, gucken was es ist. Und, lol, Zampal auch noch. Lol, wie soll ich denn zwei Videos davon machen? Ihr seid doch bescheuert. Ja, muss ich euch beide einen Titel reinschreiben. Auf jeden Fall, Zampal, auch nur an dich, vielen Dank. Sonst nur irgendeiner, aber ich mache es jetzt auch zwei Geschenke auf einmal, ihr seid echt bescheuert. Ah, auch Gott. Mäh, das von Zampal? Lol. Zampal, du bist geistesgestört. Wieso gibst du so viel V-Bucks ab mich aus? Auf jeden Fall, vielen, 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 vielen Dank. So, was war jetzt von der Melly? Sternenbild? Was war denn, stell dein Stil schon. Ne, das ist die Lackierung. Ah. Die Lackierung, warte mal, ich gucke die mir aber nochmal an. Trotzdem Melly und Zampal natürlich beide an euch. Danke, danke, danke. So, die Lackierung, Sternenbild, vielleicht waren das nochmal. Ach, die. Doch, die ist nice. Auch an dich Melly natürlich, vielen Dank. Und für den Skin sowieso, aber, ihr Zampal, die muss klar sein, ich musste jetzt erstmal in den Level 100er Skin. Ich habe mit dem noch nicht eine Runde gespielt, aber wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank auch an dich Melly. Das Video lade ich aber erst dann nach dem Stream hoch oder halt für morgen im Laufe des Tages. Also nicht wundern, wenn das nicht direkt online kommt. Und in dem Sinne würde ich sagen, fangen wir dann auch mal an zu streamen. So, in dem Sinne nochmal vielen, 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 vielen herzlichen Dank.